Ich wollte nur ein bisschen leveln. Bisschen nochmal anschauen und so. Speed bringt das Ding auch nochmal, okay. Ja gut, okay, wenn wir dann 15% Critrate weniger... ...bringen wird schon was. Finde ich, denk ich mal. Aber... whatever. Boah, was freu ich mich schon mal drauf, wenn ich endlich mal wieder nen Buildposter habe und so. Ja, Buildposter ist halt auch so eine Sache, die müsste man nicht auch wieder machen und so. Ich weiß es nicht. Ich mein, ich hätte dann auch richtig Bock auf Buildposter. Das wär tatsächlich nochmal was, wo ich sag, Buildposter hätte ich Bock drauf. Aber es ist halt so useless. Buildposter ist so useless. Ja, in den Endgame-Dungeons. Ich mein, was willst du mit dem Ding machen? Range ist halt einfach King. Deswegen... I don't know. Ich weiß das wirklich nicht. Achso, jetzt müssen wir nach Nice-Time schauen, oder? Eine Clear-Funktion gibt's auch, schön. Nein, das will ich nicht. So. Whitelist, 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 Whitelist. Zum Glück haben die hier nicht irgendwie unterschiedliche Namen, wie es auf manchen Servern so ist. Dass man erstmal schauen muss, okay, so. Wie heißt dieses Set hier gleich nochmal auf Englisch oder so? Ist das eigentlich eh sinnlos? Weil ich mein, man muss mal überlegen... Okay, wir haben das natürlich gerade aktuell auf Englisch, aber... Ich mein, Cruiser-Set. Das ist nicht gerade Deutsch. Also... Weiß nicht. Und da gibt's irgendwie Haufen Weiser-Sets, die halt wirklich dann immer diesen deutschen Namen haben und diesen englischen Namen und so. Wo man sich halt so denkt, das ist beides meistens weder Englisch noch Deutsch irgendwie. Ähm, ich mein, was gibt's denn da für ein Beispiel? Ich weiß es ja gar nicht genau. Ich mein, hier zum Beispiel auch Lusaka. Hier im Englischen schreibt man Lusaka mit S und im deutschen Client, also im deutschen FLYFE schreibt man sie mit Z. Das sind so Sachen, die ergeben sich mir einfach nicht. Versteh ich nicht. Ich mein, das Ding ist ja auch, man muss sich wirklich jemand hinguckt haben. Im, äh, FLYFE, äh, Universum. Und es auch wirklich gemacht haben. Das heißt, es ist nicht nur irgendwie so, yo, okay, keine Ahnung. Wir wollen es einfach nur so, sondern da hat ja wirklich jemand, da hat ja wirklich jemand Zeit investiert. Das heißt, wenn natürlich jemand Zeit investiert, dann hat auch jemand Geld investiert. Also, äh, Garlalab, hat er dann wirklich Zeit investiert da rein? Äh, also Geld investiert, meine ich. Nach dem Motto, yo, wir, äh, ändern hier einfach mal den Buchstaben oder einen Buchstaben von jedem Set und jeder Waffe irgendwie. Je nach Landessprache. Und das heißt, muss man irgendwie so 10.000 Dollar oder so kosten. Oder was soll man die für eine Währung da haben? Keine Ahnung. Ist das halt irgendwie echt voll fucked irgendwie. Keine Ahnung. Ich überlege gerade, ob wir uns einen, äh, äh, einen LG Yo-Yo kaufen. Ich meine, Geld haben wir ja. Wir könnten das Ding auch gleich ein bisschen appen. 5,5k Attack. Ja, wir troppen halt wieder alles, aber nicht unsere Teile. Das Meme, das Meme lebt. Ja, Roadie-Teile. Ja, gut, okay, müssen wir uns natürlich auch ein bisschen überlegen. Äh, was wollen wir natürlich dann später spielen? Wollen wir... Ich nehme mal Roadie-Teile mit. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich tendiere halt schon... Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich will eigentlich, ich will eigentlich zwei Klassen spielen. Ich will eigentlich Yester und, und Buildposter spielen. Aber das Ding ist, ich will halt nicht Buildposter, äh, für Dungeon spielen. Das ist halt dann wieder scheiße. Weil wir mussten immer umsetten und so, weil ich einfach komplett wegbumsen habe. Ist auch scheiße. Ach, das ist alles blöd. Ich weiß, wir könnten schon weitergehen und so, aber ich will jetzt eigentlich mal Set-Teile kriegen. Nur wir kriegen halt wieder aktuell einfach gar nichts. Ich mache noch schnell das Pad, äh, ab. Dann schauen wir kurz nach Saint-Morning zum Shoppen. Äh, kauf uns mal ein Chi-Yoyo, kauf uns vielleicht die Set-Teile, die wir eben finden. Und... Vielleicht nochmal X, je nachdem. Wie viel das jetzt eben... Oder ob wir jetzt eben ein Beher-Mutter so kriegen. Wäre natürlich schön, aber ich glaube, es lang ist mir nicht mehr dran. Ist recht. Warum ist es eigentlich jetzt so, dass ich auf dem Ringmaße keine Amplis kriege? Ich versuche das gerade nachzuvollziehen. Ich will 14 Level hinterher. Ist nicht so geil. 5% HP. Alter, was wir heute wirklich an HP haben. Ich meine... WTF. Pad ist leveled up. Wir haben wieder einen Fox. Ich hoffe, es lag jetzt einfach nicht komplett irgendwie. Alter, wie lange ist das schon mal hier lag? Yo, ey. Ich weiß nicht, was ich aktuell in FPS habe, aber ich meine, mir ruckelt es wirklich. Ich habe 10 FPS oder so. Alter. Yo, hier die ganzen Server mit ihren 2,4K-Spielern. Shit, ey. So, jetzt müssen wir irgendwie schon... Jetzt müssen wir erstmal Zeug verkaufen. Ah, 42 Millionen. Net. Und Boxen auf. Vielleicht kommt irgendein Umhang noch so raus. Wäre ja cool. Okay, natürlich nicht. So. Wir brauchen einmal... Shop Search. Wir brauchen einen Jojo. Oh, zacker Jojo. 60%... Oh. 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 Wie viel willst du dafür was sagen? Jetzt nicht, dass du irgendwie so... 2 Pierin oder so viel willst. Ich meine, es wird zwar vielleicht sogar 2 Pierin wert, aber... Alter, du spinnst doch komplett. Pfff. 10 Pierin, Alter. Aber das ganze Zeug ist generell so teuer bei dem. Warum ist das so teuer? Äh... Wo haben wir jetzt gerade drin? Ja, ich meine, es ist halt schon ein gutes Jojo und so. Klar, aber... 45. Was kostet das Ding? 59, 13. Jo. Schau mal hier. Hier 2 Pierin. Sogar noch mit Monsterkarten Slap. Ist es auch noch viel, aber... Das können wir uns. Oder? Ne, können wir uns nicht. Wir können uns das hier. Oh, wie viel kostet denn eigentlich die... Ne, dann Jojo-Story kostet nämlich nur ein Pierin. Die LC Jojos. 18. Äh... Das hier würde ich kaufen. Wenn der Preis stimmt. Hä, das war nicht das hier, oder? Ach, da ist noch eins. 36. Sonst irgendwas Besseres vielleicht. Ja, das Schöne ist das natürlich gerade nicht. Ich weiß. 23, 20. Alter, was die Leute verkaufen. Hilfe. 9, was bringt das hier? 6. Wild stuff. Oh, und ein Pierin. Oh, ne, Leute, da ist die... Das Ding kommt jetzt scheiße, der Tag. Alter, ich raste aus. Das ist brutal. 503 von 581. Ich weiß nicht. Wirklich gute Jojos gibt's da so gar nicht, oder? Gefühlt. Das Ding ist schön. Aber ich weiß, dass der Typ das ganze Zeug für übel viel Geld immer verballert. Ah, 2 Pierin. 2 Pierin. So viel will ich nicht ausgeben. Ähm... So, komm, Alter. Verkaufen wir's einfach für ein Pierin. Ich würd's einfach nur für ein Pierin kaufen. Jawoll. Ne. Warte. 8,22 hat das? So. Wisst ihr was? Scheiß drauf, wir kaufen uns eine da. Ähm... Von... Hier sind einfach so viele Shops, dass nicht mit dieser Markierung auffällt. Was hier? 330, 6, 36, 505... Ja. Nicht gut, aber gut genug. So, jetzt brauchen wir natürlich noch ein Nice Set. Alter, wie es ruckelt, man leckt mich am Arsch. Ah, Full Set Offer. Hier gibt's nicht mal ein Fuller Set. Ihr wollt mich doch... Alter. So viele Spieler, kein Erfolg in das Set. Neckloss, nice Set. So, das ist schon mal nice. Ich hab jetzt einfach keinen Bock, irgendwie lange rumzusuchen. Cheapest? Yo, alles klar. 15. Oh, fick dich doch, Mann ey. Komplett überteuert, ich weiß. Aber mit diesen Ruckeln hier rumzuspielen, ist echt nicht witzig. Nice Helm, ja, auch mega teuer. Ich filme bis jetzt schon wieder diese Suchfunktion, wenn ich ehrlich bin. Drei Teile bringen was momentan? Bringen gar nix, okay. Ähm, ja doch, kann nicht gehen, oder? Boah, schnell wieder raus aus dem ganzen Gelegge da. Holy moly. Ach, wir haben Ex vergessen. Shit. Kaufenster bestimmt nicht in... Instant Morning. Können sie übrigens auch noch mal schnell erwecken da. Ich weiß, ich überziehe schon für die Folge irgendwie ewig. So, äh, den ganzen Rotz noch mal kurz erwecken. Oh, die schneid's einfach, ich glaube ich schneid's einfach. 25 SCR ist auch schön. Naja, Critschaden, ja, 10%. Bisschen mehr, glaube ich, geht noch. 15% sind schön. Ah, fuck, 13. Das hätte ich jetzt nicht gekänzelt eigentlich. Ich weiß, ich war nur zur volleste Ebene anklicken. Zwei, sieben... Ach, das ist nicht das, was ich will. Neun. Nee. Ich will mehr. Ach komm, jetzt gönn mir doch irgendwas. Blatt, pff. Ah, keine Ahnung. Neun Prozent, ja, ist okay. Okay, dann... Hauen wir hier mal noch, ähm, das Ding auf Plus 3. Jetzt habe ich hier schon wieder so ein Milieu gekauft, was einfach so wenig Ding hat. Ach, fuck mal, ach, ich hab schon wieder nicht drauf aufge... Ach, f*** mein Lieb, Alter. Okay, scheiß drauf. Ähm, okay, ich meine es aber billig, deswegen haben wir es gekauft. Ähm, welcher Gilde bin ich jetzt hier eigentlich? Gilden dafür 13. Jo, läuft. Ähm, ich will natürlich auch noch schnell irgendwie ein bisschen appen. All die Spielerzahlen, Mann, die sind... Komplett krank. Die Frage ist gerade nur... Bis 105. Warte mal, heißt das, dass ich... Bis einschließlich 105? Ich bin mir nicht ganz sicher. Bis einschließlich 105 wäre natürlich richtig geil. Das geht. Ja, schön. Alter, mein Game ruckelt. Das ist abnormal. Scrolls. Einmal. Gut, dann will ich hier nochmal irgendwie so 10 oder so. Will ich das wirklich? Ja, komm. Und weg mit dem Müll. So, safe upgrade. Plus 6 wäre, by the way, schön. Wie ich nur muss anmerken. Bloß 6 haben wir, schön. Bloß 7 sogar, okay. Das bringt 288. Das andere Jojo hier bringt 337. Ja, okay. Hat ungefähr so gefühlt gar nichts gebracht. Warum auch immer. Das LG Jojo bringt die aktuellen HP. Okay. Dex, Dex ist schön. Ja, gut. Oder what the fuck. Alter, das hat uns einfach wirklich mal überhaupt nichts gebracht. Whatever. Gut, ich würde mal sagen, ich beende meine Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.